In der Wärmedämmung gibt es doch nichts Neues. Wirklich nicht? Das wollen wir doch überprüfen. Universelle Anwendung. Termano ist ein Material für jedermann. Baustoffe sind wie Ladegeräte. Am besten ist, wenn eines für alles passt. Ich habe überprüft, welcher Wärmedämmstoff als Isolierung für alle Elemente eines Hauses geeignet wäre. Es hat sich herausgestellt, dass Termano am universellsten ist. Termano können wir überall verlegen und es wird uns immer gute Dienste leisten. Gefällt uns ein Schrägdach? Wir können Termano verlegen. Möchten wir ein Flachdach haben? Wir können Termano verlegen. Unsere Frau mag immer warme Füße haben. Dann verlegen wir eben Termano unter die Fußbodenheizung. Wir wollten schon immer Landwirt sein. In unseren Landwirtschaftsgebäuden verlegen wir Termano. Anders gesagt, Termano können wir überall verlegen und es wird uns immer gute Dienste leisten. Es spielt keine Rolle, ob wir in einem Holzblockhäuschen, einer geschlossenen Wohnensiedlung oder einem vornehmen Schlösschen wohnen. Termano wird uns immer vor zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen schützen. Wortwörtlich von allen Seiten. In den folgenden Filmen erzählen wir mehr über andere Eigenschaften von Termano. Klicken Sie es an. Es lohnt sich gut informiert zu sein.